Was zieht das auf einmal so? Ja, ja! Wooppa! Das war's für heute. So, also mal einen kurzen Gesicht-Check machen, ob es doch jedem gut geht. So, wo sieht nun noch alles gut aus? Der Heela ist auch eigentlich fit. Kochballgrün. Ja, der kleine Bastik ist ein bisschen heute gut bei dir. Kannst du noch? Sag die Mama, ist alles gut? Mit der Kamera, oder? Super. Gut, Leute, würde ich sagen es ist Zeit für das Finale. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020